Hallo FC Bayern Leute, die an Tagen mit den besten Nachrichten dabei sein wollen, alles kostenlos, einfach, einfach den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Nagelsmann will einsteigen. Schau dir seinen Gesichtsausdruck an, unglaublich. Julian Nagelsmann hofft, mit dem FC Bayern vor der WM in Kater die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Der FC Bayern will seinen Aufstieg in die Bundesliga bestätigen. Ich nehme an, die Jungs sind hochmotiviert. Der Cheftrainer des FC Bayern ist optimistisch, dass seine Spieler bestens auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet sind. Ich gehe davon aus, dass die Jungs hochmotiviert sind. Der Flo ist wichtig, um Druck auf Union auszuüben und über die Winterpause da zu sein, wo wir sein wollen, kündigte Nagelsmann an. Die Münchner haben noch reichlich Zeit, um Union Berlin von der Tabellenspitze zu verdrängen. Wir sind jetzt in der elften Runde, ich glaube nicht, dass sie jemanden nervös machen. Auf keinen Fall, sagte Nagelsmann. Ich freue mich über die Aussage von Leon Goretzka, dass wir wieder etwas in Ordnung bringen müssen, sagte Nagelsmann. Wenn es vom Team kommt, ist das ein Ausrufezeichen. Mach dich das. Zum Cheers-Fan? Hinterlasse unten deinen Kommentar. Zu dieser und weiteren Neuigkeiten werden wir Ihnen jederzeit weitere Informationen zukommen lassen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie einfach den Kanal.